Finden Sie Ihre Balance. In meiner Praxis verbinden sich klassische naturheilkundliche Verfahren mit Erkenntnissen der modernen alternativen Medizin. Das bedeutet für Sie, dass ich nicht mit diagnostischen und therapeutischen Schemata arbeite, sondern ich sehe und behandle immer den ganzen Menschen in seiner Leib-Seele-Einheit. Gerne beantworte ich Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch. Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie einen Termin. Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie einen Termin.